Hi, ich bin Joel vom Relay-Team und heute will ich dir zeigen, wie du einen Einzelauftrag über 100 Schweizer Franken oder 100 Euro in der Relay-App erstellen kannst. Und zwar haben wir die Funktion, dass du für 0% Gebühren bis zu 100 Schweizer Franken, 100 Euro im Monat bei uns kaufen kannst. Wenn du jedoch einen Auftrag erstellen willst, der höher als dieser Betrag ist, kannst du dies natürlich auch. Und du wirst jetzt dann gleich hier den Screen sehen, wo ich dich durchführen werde, wie man das im Detail genau macht. Du musst die Relay-App installiert haben, öffne die dann zum ersten Mal und im Menü, das ist unten das blaue Plus, musst du reinklicken und auf Kaufen gehen. Sobald du auf Kaufen geklickt hast, kommst du in die Übersicht, wo du einmal den Betrag auswählen kannst, welchen du mit uns kaufen möchtest. In diesem Beispiel nenne ich jetzt 200 Euro, können natürlich auch 200 Schweizer Franken sein, je nachdem, welche Währung du hier verwendest und klicke danach auf Weiter. Sobald dies gemacht ist, wirst du den Screen mit der Übersicht sehen, ob du einen Einzelauftrag, einen wöchentlichen oder einen monatlichen Dauerauftrag einrichten willst. Für dieses Video gehen wir auf die Einzelaufträge ein. Du wirst auch ein weiteres Video finden, wo wir die Daueraufträge und Sparpläne im Detail erklären. Klicke also auf Einzelauftrag. Sobald dies gemacht ist, wirst du zur Übersicht mit den Zahlungsmethoden kommen. In diesem Beispiel ist es heute mit einem Bankauftrag, also einer Überweisung. Wenn du aber sofortige Zahlungsmittel nutzen willst, wie eine Kreditkarte, Debitkarte oder Apple und Google Pay, dann könntest du das hier hinterlegen. Hast du bereits mit uns verkauft, wirst du hier deine gespeicherte eBay ansehen. Wenn du mit der zahlen willst, kannst du draufklicken, um zum nächsten Screen zu kommen. Wenn du noch nicht gekauft hast, müsstest du hier deine eBay hinterlegen und dann auf Weiter klicken. Und sobald du deine Zahlungsmethode ausgewählt hast, kommst du dann zur Bestellübersicht, wo du einerseits die Details siehst, für welchen Betrag du kaufen willst, deine Bankverbindung oder deine Zahlungsmethode. Und ganz wichtig ist hier, um die Kosten zu senken, kannst du einen Empfehlungscode deiner Freunde, Familie oder auch einer unserer Partner auswählen, um dementsprechend eben billiger davon zu kommen. Sobald das gemacht ist, kannst du auch da weiterklicken und wirst dann zur Übersicht kommen, indem du den Auftrag abwickelst, wo du unsere Zahlungsdetails siehst. Ganz wichtig, bitte kopiere die eBay sauber, schau, dass da keine Fehler entstehen und schau auch, dass die Adresse mit unseren Details übereinstimmen. Sobald du das in deiner eBanking-App oder deiner Banking-App gemacht hast und dieser Auftrag abgesendet ist, wirst du dann rausgehen aus dem Auftragsprozess und in der Übersicht der Wallet deinen Auftrag sehen. Sobald das Geld eingegangen ist, zahlen wir dann deine Bitcoin auf die Relay-Wallet ein oder wenn du eine externe Wallet verwendest hast in der Adresse, gehen die Bitcoin dorthin. Und mit dem hast du dann erfolgreich einen Einzelauftrag bei Relay ausgeführt.